Ja, dann gehen wir mal rein. Haben wir noch gar nicht alle angemeldet. Ne, kann ich ja nochmal angeln, ne. Er hätte nicht angemeldet, angenommen. Wach, Mann! Sehr schöne Köder ist jetzt weg. Oh, je, je. So, grün ausmachen. Ach ja, Stein. Ach nee, ich hab ja noch einen von denen. Komm, ich fress ja auch mal mit. Hm. Ach, ich krieg den schon nicht. Ja. Standard halt, ne. Und das ist ja auch mal mit. Wie kann es sich hier achten? Ach ja, es ist gut. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. gut kam ich schaue die Proben Schaden tun und die Kreativität schon über die Zündung und die Prozent andere nach dem Weg gegeben ja ich erst schlackes Stattes mit Schmackes das sind welche tot Ja, ich bin auch gleich dort, wenn die mich nicht heilen Ja, es hat sich nicht geheilt, aber ich hänge eben gut an einem Wamm Oh mein Gott, wie soll das beim Boss werden? Oh Wir sind dort reingekommen, das kannst du nicht mehr rausgehen, oder? Ja, ich glaube, ja, weil die dort geworden sind Haben die sich gedacht, oh, die E-Gruppe vergisst Könnte passieren, ne? Hatten wir schon mal Ja Oh, guck mal, schon fertig Wow Und das war nicht mal so gut Ja, der eine macht hier so viel Thermisches ab Norm 132.000 DPS, fast 133.000 Fast 30% Gesamtschaden alleine Er hat wahrscheinlich dieses ultra hoch gezüchtete PPOE-Zeugs an Wir haben ja maximal, wir sind ja limitiert auf 710 irgendwie Okay, ja, okay Mhm Oder People Eat and people play toads Was ist das jetzt? Ich weiß nicht, warum Du bist noch nicht Ich hab' nicht schon so Mh mhm 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 Tum. 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 Seh, seh den auch noch mal echt nur von dir hin und wissen. Dann schneißte er mal. Hahaha! Nee. Stül. ich kann das noch nicht tun ich brauche ein Ziel wenn die sagt es ist noch nicht bereit oder ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ach komm steck du ja den Bauch kennst du ja hier ne ist auch so ein fett wie so ein Vieh ja ah ich hab lags lag? naja ich hab grad nur hinbekommen dass zum Beispiel Schmerfeuer verzögert ausgelöst wurde und so meine Güte ein Einer zu entzahlen wird immer mehr das ist schon bei über 160.000 ne DPS ups verklick oi 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 und jetzt noch den Boss ach du schaffst n 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 Ah! Das ist doch das blöde Betäubende. Oh, raus doch. In meiner Nähe. Alter. Hat was Schlechtes gegessen. Hm, riecht auch so. Oh Gott. Scheiße. Was ist das denn? Wie auf der anderen Seite. Kleiner Schlawuzki. Betäubt. Oh, er kommt. Get the hell away. Ich bin auch betäubt. Kommt mir schon weiter. Kommt mir bestimmt gleich wieder vorbei. Du sterb jetzt denn? Boah. Wir hätten gerne, dass es stirbt werden. Ja. Ja. Das hat doch überendet. Das hat hier zu machen. Ja. 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 Hallo. Ach so. Ja. Ich hatte komische Bereichen. Ja. Ach so. Ja. Ich habe gesagt, ich habe nur von mir gebrült. Oh, Rune, siehste. Kann man ja mal eine nehmen. Ja. 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 Ja, Topschaden. Ja, Topschaden. Wir sind unter den ersten Vielen. Ja. Aber diese DK. Ja. Ja. über hunderttausende mit dem Moment das ist er zum Problem kann jetzt haben wir Probleme Ha ha ha! Ouuuch! sch die Stadt es sieht schon cool aus wie ne die Brutort es ist morgen wie schlecht ausweichen begonnen ja schlug Oh, was? Wieso ist er tot? Wieso macht er das so? Ne, da ist noch eine Oh, noch cool Ne, ne, doch Oh, der ist auch cool, okay Ja, der Carnot ist noch da Weg da Weg! Als würden die das hören, wenn du sie so rumbullst Ja, ich würde ja nicht immer so Du, da steh ich nicht, steh ich nicht ja ja das nennt sich Bruneneffekt ja Prozent 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 ein Bein Geld eingesteuert Prozent ja für die Strecke für nicht mehr Stüttert er mich? Gar nicht, du. Wo ist mein Vieh? Da kommst du nicht schlau, was? Nein. Verrecke ich ihn, ja. Sehr schön. Und wieder eine Rune, meine. Richtig. Oh, hab ich eine Quest hier? Ich will eine Quest hier. Mhm. Ich will eine Quest hier. Ja, das sind diese Orangenen. Legendär. Ja. Kann man auch sagen, die sind orange. Ja, kann man auch so ein Sohn. Ja. Das sind Orangenquest. Mandarinen. Tollbeert ist raus. Tollbeert? Nee. Schlackenbeermoch. Schlackenbeermoch. Der macht gute Musik. Mhm. Ey. Was ist das für Kass? Schweifflugalle Hadi-Ratut. Ich bin da auch nicht mit irgendwas. Böser, böser, böser. Geht sowohl Kambung das habe ich nie verstanden, was ist denn die Kambung? Ich bin hier ein K FSB. Genau, auch noch. Aber für keinen. Ja. Ach, das heißt mit den Zücheln. hier oder? Kann das sein? KREPIRE! Na, also geht doch. Ach ne, jetzt nicht mit den Zügen. Ich komme ja auf Züge. Aber wir hatten schon was mit Zügen. Naja, wo wir vom Tor-zu-Tor springen müssten. Was? Tor-zu-Tor? Zum Gleisen. Zum Gleisen. Was? Oh, geht schon los. Wohin ist der denn hin jetzt? Ich weiß nicht. Wenn man diese Lockerei entspricht. Hütet uns. Hütet uns. Warum machen die das da hinten? Ich weiß es nicht. Das ist ne Bombe. Vorsicht. Hütet uns. Wohin muss man durchgehen. Der wufft die Verstärkung. Lasst diesen Abschaum nicht den Ofen sabotieren. Hat der Abschaum gesagt? Ja. Der hat Abschaum zu uns gesagt. Wichtig. Das nervt ey. Ich bin das nicht gewohnt, dass dieses hin und her gezuckel hier ey. Das macht ja sonst auch keiner. Hupsala. Kann ich mir schicken. Bodenriss auf Frostwold. Du weck mich. Frostwold. Ist auch tot. Mein Gott. Das nervt voll. Ha. Was ist sicher? Ich sag dir. Mann Becker. Oh nein. Zahn auspricht, macht alles zu lichter Oh, die töte euch alle Der Top ist ausgebracht und ist leer Er ist toll, Leute Oh, ich bin in Arsch Ich hab auf den Ad geschossen, welches eben gerade erst rauskam und hatte dadurch die Argonne eigentlich zurückgestellt. Und dann ging es auf den Heiler. Oh. Oh, ich bin im Feuer. Mein Gott. Ich kann nicht rein, weil ihr in Fight seid, ja. Und wieso die ganzen da draußen bleiben? Oh, nicht mehr rein. Arsch. Oh, Elemente haben wir noch hier. Was willst du von mir? Geh weg. Geh weg. Ja. Ja. Oh, ich bin der hier auch gegriffen. Na. Da bricht Feuer, Rupert. Ah, er hier. Okay. Hallo. Was? Entschuldigung. War nicht, äh... War nicht aus Versehen, ja. Ich weiß. Weg von mir, alle. Shit! Hallo. Wann? Ich stehe jetzt. Ich hab... Oh, scheiß ich muss von den anderen weg. Hm. Okay, jetzt haben wir jetzt Ragnaros. oder so? Herz des Berges. Achso, Devil. Meine Fels, weg da! Geh weg von meinem Haus. Da bin ich auch gegangen, aber da muss wieder einer zu mir kommen, ne? Oh! In den Flammen! Ich sollte das HT eigentlich am besten, also die Hysterie eigentlich am besten für den Endball aufnehmen. Wenn der Trash noch dazwischen kommt, das ist ja einfach Spendung. Hm. Hölle Flammen. Geh weg von meinem Haus. Wow, das ist langheftig. Oh Gott. So wie zu davor. So ging das überhaupt nicht. Doch, natürlich. Also mit dir rede ich gleich nicht mehr. So, fertig. Wieso? Wieso? Hä? Das war ein Video. Hab ich klar gemacht. 56 gibt's hier schon, wuhu! So, Kartenspiel, wo ist es? Was hab ich drin? Wo ist das Kartenspiel? In der Taschenspiel? Aber ja, diese Grüne, da ist nie so viel drin. Ja, das ist so geil. So, danke für die Zuschauer, Leute. Ciao, ciao. Macht das gut, viel Spaß und voll zocken. Klippi knacken, zick zack. Ja. Ja. Ja.